Hallo James. James, hören Sie mich? Hallo Miss Moneypenny. Ja, ich höre Sie gut. Wie geht es Ihnen? Eigentlich ganz gut, bis zu diesem Anruf. Ach James, jetzt seien Sie doch nicht so. Miss Moneypenny, ich weiß genau, dass jetzt irgendwas von einer Mission folgt. Ja, klar, genau. Mr. Q erwartet Sie. Ach, dir schon wieder. Was hat denn der alte Spender schon wieder so dringendes? Ich kann Ihnen auch nichts genaueres sagen, aber er meint, es wäre etwas Großartiges. Er sprach von einer BFR24. Ach ja, genau. Davon hatte er erzählt. Ist er in seinem Testlabor? Äh, nein, er ist in der Schweiz. In der Schweiz? Ja, unsere Kontaktstelle ist die Alvo SMA. Bitte begeben Sie sich sofort auf den Weg. Befehl von M. Ich schicke Ihnen gleich noch die Daten durch. Mr. Bond, die Kontaktstelle Alvo SMA befindet sich in der nordöstlichen Schweiz im Kanton Thurgau in der Ortschaft Amrisville. Das ist ein Musik rum. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo James! Bitte hören Sie mir kurz zu. Ich will Ihnen einen Überblick zur BFR24 geben. Sie werden begeistert sein. Stellen Sie sich vor, alle Achsen können angefahren werden. Werkstücke bis 11 Tonnen werden verarbeitet. Ein flexibler Rundtisch und schwenkbarer Kopf ermöglichen eine Fünf-Achsen-Simultanbearbeitung. Diese Maschine muss unbedingt vom MI6 genutzt werden. Ein Riesenpotenzial, was hier steht. Doch wie lange können wir das noch geheim halten? Wow, das ist ja mal ein Ding. Mit der würde ich gerne mal ein bisschen spielen. Aber ich glaube, das überlasse ich lieber den Spezialisten der Alvo SMA. Aber ich glaube, das ist ja mal ein Ding. Aber ich will ja jetzt schon mal ein Ding. Vielen Dank.